hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge hier im projekt redstone jurassic park letzte folge haben wir hier an der vorletzte folge sogar haben wir hier an dem casino gearbeitet haben den eingang fertig gemacht so und jetzt werden wir einmal uns von diesem entfernen ich habe nämlich hier schon mal was vorbereitet und zwar wird hier ein riesiges gebirge entstehen wo drinne zimmervermietung stattfindet also ein hotel keine ferienhäuser sondern ein reines hotel und da werden wir den schon mal hier anfangen und mal einen weg darüber bauen so einmal so in die richtung hier mal ein bisschen viel werden wir uns jetzt einmal ein bisschen an die planung machen von dem ganzen so bis ungefähr hier wird der weg gehen so und hier geht er dann weiter drei bereits sollte reichen ich deute das jetzt noch mal an das kann ich noch mal in ruhe alleine bauen da müssen wir jetzt nicht hier den ganzen weg ausfüllen in einer folge und das ist schwachsinn so hier mache ich aber mal weiter und zwar würde ich hier so einen schönen eingang in den berg rein bauen der hier auch noch nach und nach entstehen wird so machen wir in drei breit hier finden wir dann den eingang nächste folge wird es davon auch ein timelapse geben das muss ich jetzt nicht in einer normalen folge alles bauen so ein bisschen anfangen tun wir damit thema einfach mal dass wir so die grundplanung hier haben so so und dann brauchen wir einmal stein so 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 das sollte reichen so 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 ja das muss nachher alles wieder ein bisschen hübscher noch gemacht werden so 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 aber das grundlegende will ich halt schon mal fertig haben dann kommt hier noch ein bisschen gras mit drauf kann ein bisschen gras drüber wachsen und zu sagen und wir hätten hier unseren eingang was wir hier einbauen würden wir nachher alles sehen aber hier haben wir doch schon mal eine schöne grundlage obwohl machen wir hier drin das muss ein bisschen mit holz ausgekleidet werden und zwar nehmen wir hier dunkles holz und helles holz dann haben wir hier schon mal so eine kleine eingangshalle 1234 so so und hier gibt es dann rezeption und sowas das sieht irgendwie sehr verschoben aus ich gucke nur schief alles klar und so 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 dann haben wir es gleich so so dann haben wir schon mal unsere hotel lobby gut dann brauchen wir jetzt eine decke aus slabs die machen wir wieder so ein bisschen mehr im berg design so 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 Ganz normal stone. Machen wir genau gleich auf beiden Seiten. So, hier kommt ein Mittelchen. Und hier machen wir das genau umgekehrt. Und zwar so rum. Und so rum. Das gleiche hier. Aber das kriegen wir glaube ich auch noch einmal gedreht. So. Genau. So machen wir das. Ähm. So ist doch viel cooler. Und so und so. Was für Lampe nehmen wir denn in einem Berg? Eigentlicher Laternen. Haben wir die hier? Ja. Müssten wir eigentlich. Nein. Dann wird es der gute alt Lowstone sein. Der uns hier erleuchtet. So. Das sieht doch schon mal was aus. Bis zum nächsten Mal. Und so. Untertitelung des ZDF, 2020 So, dann können wir hier hinter einmal die Ticket-Geschichte machen, die Zimmerkarten, einmal Erhalt, einmal Rückgabe. Ein Gepäcksystem wird es hier nicht geben. Aber gibt es... Wäre eine Idee, dass man hier unten sich Essen aufs Zimmer bestellen kann. Nee, besser. Hier gibt es eine Küche. Hier kann man sich Menüs kaufen. Menükarten. Und vom Zimmer aus kann man die dann bestellen. Das finde ich nett. Smooth Stone. Den brauchen wir immer. Das wäre quasi ein Restaurant mit ins Gebäude integrieren und man halt sein Essen nur aufs Zimmer bekommt. Ja, ähm, schreibt da einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich finde die Idee jetzt gar nicht so doof. So. 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 Ja, man kommt dann quasi hier rein. Holt sich hier seine Schlüsselkarte beziehungsweise eine Berechtigungskarte zur Nutzung des Hotels. Dann kommt man hierher, kann sich hier entsprechend Gerichte bestellen zum Essen, bekommt dazu auch eine Berechtigungskarte, geht dann weiter, kann sich Zimmer aussuchen, selber aussuchen, richtig. Die Türen sind quasi offen, bis man sich entscheidet, das Zimmer zu nehmen. Wenn man das Zimmer nimmt, wird die Tür geschlossen. Hotel, Merkt, alles klar. Hier ist geschlossen. Was ich mal kurz machen werde. Hier nochmal einmal leuchten. Ähm, ja. Man bekommt, man wirft quasi seinen Berechtigungsschein ein. Ähm. Wenn man das Zimmer haben möchte, bekommt dann seine Zimmerkarte, kann die anschließend hier wieder abgeben, die wird wieder aufs Zimmer verteilt. Und das Zimmer wird dadurch wieder freigegeben. Das halte ich eigentlich für eine ganz gute Idee. Dann gibt es noch Wegweiser. Und man sieht, hier sind noch Zimmer frei. Oder hier sind keine mehr frei. Ja, doch, das machen wir. Wir haben hier ja Platz ohne Ende drin. Gut, aber ich denke mal, nächste Folge wird erstmal eine Timelapse sein. Vom Bergbau. Der wird nämlich doch etwas größer. Ich wollte hier vorne gerne das Hotel integrieren und dahinter die Wildwasserbahn, die wir noch bauen wollen. Oder ineinander vielleicht. Wer weiß. Vielleicht hier dann die ersten Zimmer, dass man hier so einen Ausblick hat. Und irgendwo dazwischen fährt die Bahn längs. Schauen wir mal. Aus den Zimmern noch ein Blick auf die Bahn. Oh, ich habe schon viele Ideen. Gut. Dann würde ich aber sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst eine Bewertung da. Schreibt einen Kommentar. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.